recht herzlich willkommen zur 43. folge von europa universalis 4 mit england ja letztes mal haben wir den krieg beendet mit frankreich haben große territoriale verluste erlitten dadurch hier in frankreich haben wir jetzt gar nichts mehr wir haben noch angestoßen mit den aragon leuten ein bindes zu bekommen oder ein bindes eine bessere stimmung zu bekommen und das gleiche gilt auch für österreich ich würde es gerne noch mit skandinavien bzw schweden machen da ist sogar noch besser wie gedacht aber wir haben ja auch noch eine drohende katastrophe interne konflikte haben wir religiöse einheit unter 100 prozent stabilität verringert ab 0 als 0 der interne konflikt wird am ersten april 1586 geschehen sehr schön haben zu wenig rivalen und wir können das erste mal tatsächlich rivalen bestimmen und da nehmen wir definitiv norwegen so dann haben wir das schon mal können nicht schauen okay das wollten wir schon übersetzen ich weiß gar nicht wie weit die da sind flotte befindet sich hier hat aber wohl doch hat den auftrag eigentlich diese flotte rüber zu holen macht sie hoffentlich auch okay wir können mal laufen lassen definitiv kriegsgrund gegen frankreich hamburg und brabant die drucker presse die haben ja noch so zwölf leute stehen das gefällt mir auch nicht noch 80 schiffe unterwegs und unsere schiffe dort fahren tatsächlich los so pause ist immer noch dran so dann schauen wir weiter an der mit bald fällig okay da arbeiten wir dran ihr habt eine mehr im exil das ist auch schön die truppen sind gerade aufgenommen worden halten oder kentisch wenn ich ja okay das lassen wir erstmal noch mal stehen protestantische fanatik konvertiert england ich möchte aber england nicht unbedingt konvertieren oder wir haben eine negative bilanz das ist stabilität nicht bilanz wahrscheinlich auch die stände fordern provinzen das sind die hier und da wollte ich jetzt gar nicht gucken sondern klerus möchte noch was aber denn was für ein klerus da ist kein interesse dran da geht was klerus ok nationale ausspaltung da verlieren wir geld und da stabilität stabilität können wir schon gar nicht leisten also geht das geld flöten die wollen noch mehr haben okay schauen wir das würde noch mal gucken da geht noch was so dann haben wir das auch erledigt stabilität kriegen wir noch nicht hin und 43 negative macht okay auch cool das sind wir hier ein dingens ist auch klar waffenruhe endet klar brechen was hat man hier für eine mission das ist verstehe ich immer noch nicht das ziel wenigstens eine provinz ja okay haben wir gerade nicht unbedingt ja die können wir ja machen wir gerade pause eine der folgenden punkte muss zutreffen ist kirchenstaat ist kaisersheimischen reiches meinung von england über kirchenstaat ist wenigstens 50 verfügt nicht über modifikatoren edit was bringt mir das nehmt die gegeninformation an aber was bringt es mir nicht dass die nächste frage vielleicht ist das jetzt auch mit der geschichte hier zu lösen wo sind jetzt die truppen im anderen land geht er jetzt gar nicht hin oder was entschiede deck also hier war ja nichts mehr das muss ja hinten dann sein oder was ach so die sind jetzt nicht geeint auch sehr schön und dann machen wir mal so die sollen die darüber bringen kein anführer hier dann machen wir den da mal rein und händler ich habe auch ein paar kolonisten der verfügbar ist aber hier wir sind bankrott wieso sind wir bankrott ok habe ich irgendwas verpasst die kann ich jetzt auch nicht verbinden auch sehr schön ich schaue jetzt hier aus jetzt wir haben den schutz gegen die weg so jetzt müssen wir noch mal checken ach wir haben so ein regentschaftsrat alles klar deswegen läuft hier so eigenartig ok wie alt war der junge man da noch der da ist der ist es acht da haben wir noch ein paar jahre vor uns das bedeutet da können wir jetzt auch gar nicht viel machen können wir auch nicht zur kernprävention machen die drei sachen hier würde sehr gut sein markt ne markt ist doof ah jetzt habe ich es wieder weg gemacht steuereinnahmen über den aberdien macho mama und das auch noch lasst die da mal was bauen hält stabilität für den 20 paar beeinfluss muss schon fast das zweite nehmen stabilität ist gewachsen dadurch nämlich auf 1 0 gegangen wieder das wird jetzt ein bisschen dauern das wird jetzt ein bisschen dauern wie kriegt die da weg gar nicht haben wir noch irgendwo ein landstück nein das war erwarten nein das ist nicht unseres das ist wieder norwegisch geworden was da schon mal angedacht war ja ich könnte da jetzt hinziehen würde aber definitiv verlieren bringt mich nicht weiter wirklich ich kann auch nicht kolonisieren weil ich jetzt noch so ein regentschaftsrat da habe ist da eine armeeorganisation gestorben ich könnte es mal probieren können wir hier schon eine truppe ausbilden das würde gehen und dann da auch noch bitte eine bei unser land steht ja auch ganz ohne verteidigung da machen wir da noch ein pferdchen hin die zwölf sind aber schon abgeholt worden die sind wohl übergesetzt wieder ne so jetzt mal hier reinschauen nochmal das hatten wir letztens noch gemacht diplomatischer wenn wir es anbieten geht nach wir haben keinen ich sag schon diplomaten mehr dann aber das würden die sowieso nicht machen wollen und bei denen sieht es genauso mau aus zu schwach ne die sind ganz schlecht die schweden werden bestimmt auch noch interessant tja die truppe ist schon da da müssten da drüben ja auch schon welche entstanden sein oder okay gut da ist jetzt noch einer mehr oder oder täusche ich mich aber der ist auch schon da kommen da nochmal dreier zu machen wir da noch einen mehr und da können wir eigentlich auch noch einen mehr machen dann müssen wir das land hier immer befreien die protestantischen fanatiker die können wir jetzt nicht gebrauchen ja das sind dann 5 6 die flotte wie groß ist denn die eine kurbe super machen wir noch eine zweite kurbe daraus und bringen die da auch noch hin ja die kann ich blöderweise irgendwie nicht ein keine ahnung warum nicht weil sie wahrscheinlich auf fremden territorium stehen die kommen da auch noch rüber noch eine da mehr machen machen still damit war wegen ist zu ende und da gibt es noch einen grüksgrund da so wichtiger mann ist gestorben diplomatie geht nix er will mit uns auch schon ein bündnis eingehen das ist ja ganz schlecht 169 heimdienst aktion anspruch fingieren das geht ja auch noch ne gut das beenden wir dann dann sind wir da erst durch und gucken wir uns noch mal die beziehung mit schweden an die können wir dann noch verbessern läuft schon mal etwas hier geht natürlich nix ne haben wir jetzt auch keinen frei da können wir uns das auch nicht angucken Influenza breitet sich aus und da gibt es den krieg dann dahin ok sieht jetzt irgendwie doof aus was willst du machen haben wir jetzt auch hier irgendwie keine chance wenn da wer kommt noch ein pferdchen noch ein reiterchen drei leute ist nix ne haben die noch rückendeckung wahrscheinlich auch noch rückeroberungskrieg und was wollen wir noch rückerobern haben wir noch nichts von denen außer vielleicht hier das da stoppen mal langsam verlieren inflation ein prestig spielt das noch eine rolle aber sowieso nix machen so jetzt die dahin und fertig jetzt greifen wir die dann erst an auch sehr interessant können wir leider nicht ein das funktioniert weiß ich nicht die laufen jetzt gerade nicht weil sehe ich das jetzt laufen jetzt laufen die der einzelnen rücker oder was ja das ist nicht mal zu schaffen laufen die jetzt hier hin wenigstens ja die greifen jetzt aber hier schon an ja dann kriegen die einen anführer und die kann ich da jetzt tatsächlich ein wo das geht jetzt auch und die können darüber dann kann ich sie auch zu einer einheit machen okay dann gehen wir da hin wieso die jetzt angreifen denn krieg führen weiß ich nicht ist mir schleierhaft schweden lockiert jetzt meine helfen da oben und da kommen die ersten truppen wahnsinniger weise eine auch sehr stark hier geht schon was da setzen wir jetzt über eine einheit nach der anderen und wir entdecken gleichzeitig was dann geht ihr mal dahin können wir da machen was ja dann machen wir das auch noch wir haben schon drei prozent krieg stand ist der helle wahnsinn gespannt wann hier die erste einheit kommt die wir dann ja da ist es schon bringt die einheiten wieder zurück weil da brauchen wir jetzt nicht drauf bleiben ist die frage ob wir die haben wir da jetzt schon eine zweite kogge eigentlich wo sind die schiffe da jo die ist schon gebaut ach geht nicht jetzt aber ich würde gerne noch eine dritte bauen ach die sind sowieso erst hier am super ja das ist besetzt und das wird gerade entdeckt dann könnten wir einen linken senden machen wir auch denke ich macht sinn ja das müsste man einnehmen die sind schon tatsächlich mit vier einheiten da da hat er aufgenommen da hat er aufgenommen ok ja das wirft uns natürlich jetzt was zurück her das ist die frage wie weit kriegen wir die norweger noch ein bisschen in schach gehalten was ist das jetzt hier kuba eigene nation ich glaube hier gibt es kein norwegen oder was ist das norwegen nein ne nein das ist kein norwegen gut das heißt wir müssen gucken dass wir vielleicht island wieder einmal besetzen ob wir das schaffen ist die nächste frage aber irgendwie müssen wir da ja was machen die schweden greifen die auch an ok deswegen sind die auch nicht am kommen wahrscheinlich so schwatsch machen wir wieder zurück her und das ist ne die sind wohl nur im krieg mit uns oder wie sehe ich das doch in schweden polen netton und pommern und england ich glaube da haben sie sich im falschen moment uns ausgewählt deswegen läuft das auch ja und hier sind wir jetzt noch am arbeiten dran lassen wir gerade hier noch einen monat weiter dann kriegen wir nochmal ein paar ein paar leute auch nicht dazu kommt schon so und dann können wir hier nochmal ein pferd machen gut ok aber dann würde ich erst sagen soll es für die folge reichen ich bedanke mich recht herzlich fürs zuschauen und würde mich freuen wenn ihr das nächste mal auch wieder mit dabei seid bis dann tschüss und dann geht es bis dann 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 Untertitelung des ZDF, 2020